Schön hier. Sommer, Sonne, mal kein Regen, Urlaub. Endlich mal Zeit, die Seele baumeln zu lassen. Viele von Ihnen, liebe Berlinerinnen und Berliner, haben jetzt auch Urlaub, genießen die Zeit, wollen sich erholen. Das ist schön so. Wir wünschen Ihnen dabei viel Spaß. Hier gibt es ganz, ganz viele Menschen, die arbeiten, wenn andere Urlaub machen. Die Küchenhilfe im Restaurant, die Kellnerin und der Kellner, das Zimmermädchen, sie alle sorgen dafür, dass wir einen schönen Urlaub haben. Und deshalb, liebe Berlinerinnen und Berliner, wünschen wir Ihnen einen sehr schönen Urlaub und wir wünschen der Kellnerin, der Küchenhilfe, dem Zimmermädchen einen guten Urlaub. Deshalb kämpfen wir für einen gesetzlichen Mindestlohn, damit alle Zeit und Geld haben, um auch einen schönen Urlaub machen zu können. Ihnen noch viel Spaß und Tschüss.